Map mit der Wüste. Lustig. Ich habe das Gefühl, das Spiel will gar nicht, dass ich jemanden mal jemals richtig spiele. Das war im zweiten und zwei so, das ist hier auch irgendwie so. Toll, ich habe eine Buja-Bombe. Lustig, dass ich irgendwie die Waffe spiele, die der Selino-Fund gestern hatte. Mal gucken, ob wir gleich zwei von den Waffen haben oder gleich einfach noch gewechselt. Ansonsten haben wir Bomben, sehe ich. Uh, eine Buja-Bombe zurück. Ich habe noch gar nicht gesehen, ob ich die Möglichkeit habe, meine Silber-Badge hier zu verdienen. Ansonsten, ich hoffe, bei euch ist soweit alles gut. Oh, das ist ganz schlecht zu springen. Ja, vor allem einfach, wie ich die verpasse. Es ist einfach so ein... Hättest mal zwei Stunden länger gemacht. Oder hättest mal zwei Stunden eher angefangen. Es ist einfach so... Warum habe ich eigentlich wieder zwei Sniper im Team? Warum kriege ich zwei Sniper im Team und der Gegner kriegt zwei Trommelschwapper. Junior-Clicks da. Es ist, als hätte man es nicht anders machen können. So... Ich habe ihn gewischt. So... Ich habe ihn gewischt. Ja, natürlich bin ich auch wieder Gegner, der kann nicht mehr weg. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Ja. Sehr gut. Na ja, das Match ist schon wieder gelangt. Man merkt einfach schon anhand von Nintendo ein sehr schlechtes Balancing. Er hat... Ist es nicht möglich, sowas zu gewinnen. Ich meine, ich glaube, der einzige, der wirklich hier was machen kann, ist, weil ich meine... Ich glaube, ich bin ich. Lunar Blaster auch, aber na ja, er ist tot. Das wäre ja nicht so das erste Mal. Man Booster ist eine Waffe. Entweder kann man die, oder man kann die nicht. Es gibt keinen Satz. Zwischen ist es nicht so, wie ich jetzt, wie mit dem Splattershot. So, ja, man kann ja doch was reißen. Ne, entweder beherrscht man es. Na gut, hätte vielleicht... Na ja, ich habe zu spät gemerkt. Eigentlich haben die auch zu früh auf mich geschossen. Die hätten... Eigentlich haben die Glück gehabt, dass ich nicht nach unten geworfen habe. Na ja, schade. War aber natürlich wieder ein klassischer... Ja, aber das hätte man machen sollen. Außer vielleicht hinterfragen, ob man wirklich weiter Splatoon spielen möchte. Schade. Darf man mitspielen? Ne. Ne, 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 darf man nicht. Du weißt... Erstmal ein Hallo, ja? Du weißt doch, ich hasse Mitspieler. Hast du... Nein, Quatsch. Hey, hat mal da. Ja, guten Morgen, Manni, was geht? Ich glaube, ich habe Matchy doppelt bei Lausi doch wahrscheinlich. Lausi hat mich, glaube ich, nochmal dreist. Sicher ist sicher. Auch, falls ich... Ja, dann müsstest du ja auch nochmal anmachen, Haribo. Falls du nicht zuhörst, hörst du es nochmal im Delay. Wie bitte was? Genau das ist es. Ich sagte, wenn du jetzt nicht zuhörst, muss ich dich bannen. Okay. Juhu. Wer ist eigentlich in meinem Team hier? Lausi. Ja, okay. Guten Morgen aller Seite. Hallo. Ja, warum hat man Manny schon reingepackt in Voice? Also, seriously, warum? Manny ist doch gar nicht in der Lobby drin. Das wäre... Nein, nicht du. Nein, 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 nein. Boah, ich hab's überlebt. Also, wir haben nichts gegen Manny, aber es ist immer so total verwirrend, wenn Leute noch reinkommen, die gerade gar nicht drin sind. Das ist, äh... Sorry. Das hat mich total irritiert. Sorry, Bo. Tschüss. Äh... So... Okay, nämlich erwischt. Ah, ich dachte, ich überlebe dann noch, ey. Ah... So, jetzt müssen wir einfach nur noch mal kurz gucken, dass wir rüber gehen, ne? So... 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 Dann geh' ich noch mal kurz raus. Geht das nicht in der Lobby... So... 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 Okay das sieht besser aus. sie kommen wieder entgegen ich glaube es war ein dach von nein das ist sehr gut jetzt kann ich durch genau einfärben können aber irgendwie war mir nicht mal die mittelwesen dadurch sehr schön da ist jemand versuchst du versuchst irgendwie halt bei den gegnern durch gepusht also bei harry von lause statt die mitte zu halten wenn ich muss auch immer munter wieder mit lause felix auch dabei die da für dich gut keine kills macht ihn fertig dann gönne ich euch die kills auch many ich habe mich nicht getroffen und hey naomi morgen mit dem händen wie gemein der seite wesentlichkeit ich bin drübergegangen du bist da von unten gerade gekommen also war es ja schon keine gute runde von mir von mir nein ich habe gerade irgendwer ist gesprungen ich weiß jetzt lau sie war oder nein nein krass reichweite von mir nein ja doch ich wollte gerade in den anderen rollen sehr schön als ob der mich echt noch verhaut ja gut schade ja manny glaubt auch naomi wer weiblich obwohl es nie ein anlass dafür gab deswegen wir haben immer naomi gesagt und ich glaube nie sagt einer sie sondern meistens sagt ich dann eher wegen der spieler und manny war irgendwann wir machen das das ist josh und manny oha josh und manny ok habe ich jetzt drei nein vielleicht sollte ich mich mehr wieder so ein bisschen was kaputt machen konzentrieren dann mache ich wenn ich jetzt mal 500 punkte obwohl jetzt immer dann wenn ich nicht dabei war hat die kugel da habt ihr mich in der falle das war auch geplant also hinter mir so möchte niemand diesen einmal hier beseitigen der egal in unserer ist immer noch da habe ich ihn auch nicht treffe ich habe keine ahnung was das ist als ob es keiner schafft irgendwie da durchzukommen das ist das kann und kreis als wenn mein ganzes team das mit absichten ja dann wusste ich jetzt mal herrn wusch ich nein 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 ich meine dass ich in ruhe dass ich nicht getroffen gar nicht ja egal ich bin bei den 500 punkten ist mir egal so mal gucken wir kommen zurück so wie man kann weg wb sieht das schon wieder besser aus krass immer so zurückdringen lassen oder etwas so wie weiße liegen auch die wände in allersegen haribo und felix ist hier dabei jetzt einfach drei roller ja viel spaß und zweimal den kraken ja weil ich mich anders positionieren muss so eine stunde zeit hier ist das denn und ich muss für heute den nachmittag noch sagt das positionieren üben oder wie nein also ich weiß ja gar nicht was mit naomi ist ich hatte naomi wir jetzt auch schon gleich drin als naomi auch mit lust damit zu spielen weiß gar nicht ob sich bringt zu zu springen aber sie das bis hin und und also fini muss noch wach werden aber sobald fini mitspielen darf ich auch in den voice da sonst gibt es wieder ärger wenn ich es nicht sage wie ärger also es ist gestern fini war kam rein und irgendwann männer auch mich überrascht ist das mädchen noch gar nicht viel gefragt hat ob sie den voice möchte ja normalerweise ist das immer der zweite dritte und dritte vielleicht wollte ich bin ja gar nicht bewusst nein aber schon gesagt dass das eigentlich ungünstige sachen sind weil wenn ich vielleicht mal wenig unbedingt in den voice habe dann ist das ein bisschen weird vielleicht ein bisschen ja ja daher nein aber fini dafür den voice nein 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 stirb mann aber fini weiß ja das auch in den voice kann aber ja das ist immer gut stimmt hätte ich vielleicht aber auch habe ich in der tat vergessen normalerweise sollte ich clevererweise eigentlich immer fragen ja wenn er dahinten sagt das war joshi mit wie die so fertig machen dann kommt lau ist die auf einmal die bei der drolle egal wo man hinguckt wenn man andere sehen möchte es bitteschön da war ich doch lieber die rolle wie das sehe ich hab mich was soll ich das rolle aber hast du gesagt hat jetzt für meinen fehler beim ist da jemand durchgekommen dass keiner was ist der pool ich habe leider kein mitgeben morgen geht es hat mal deinen benutzernamen bitte in hier rein damit ich immer kurz war glaube ich ich weiß ja nur noch februar 26 also war schon ist hier sie wieder drei roller ich muss sagen glaube ich drei roller ist gar nicht so schwer wenn zwei roller schon in der lobby sind ja das ist dann immer es sind alle drei ja wir werden noch ein rolle von uns ja gut okay dann da gut dann kein wunder ja dann das habe ich gedacht dass man die dadurch möchte ja nur noch nicht unterfallen sehen und dafür gibt es gibt nur noch zwei möglichkeiten entweder haust du ab oder du siehst durch keine absicht meine jaja sagt man dann ich habe nur den einen da gesehen vor dir dass du da was habe ich nicht gesehen nein es ist ja nicht mehr wenn wir eine ecke ja tatsächlich da ist einer der ecke gewesen nein ja ich war nicht weit genug weg wer will denn da wieder in die mitte nein 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 ich dachte es war es hat mich irritiert dass man ihn nein nein sagen wir nicht auf lause ich schieße entweder leiden beide so untereinander mit die hatte dann lause gesehen hör auf mit den detektoren finde ich gut macht weiter so viel nicht ja nicht auf an ich muss sagen danach ja ich bin jetzt in der lobby es war ziemlich weit habe ich schon heute vorhin gesagt mädchen das finden ja ich hatte mit dem ding hier weil ich mit dem ding geklärt habe dass ich da sein nahe bekommen musste ich war ein ticken wichtiger ist ja wichtig da wenn ich die leute hätte also in der tat habe ich da nicht so gut musst du das kennen war wichtiger wie wird den und so so nein oder leute gebunden oder vieler von duschen hat sich nicht hat sich nicht hat sich nicht hat schon angenommen okay das heißt du kannst sie nachschauen einfach nur software neu starten weil sonst gibt es immer probleme beim nachtel eigentlich aus symbol aber heiße ok ja gut dann passt das das passt auf jeden fall geht mir immer so darum das ist die namen immer ein bisschen besser zuordnen kann wer ist die sniper ich nicht tatsache ein vieler team gegen joshy und fini aber wenn ich auch in den voice möchte das auch rein dein eck ist dein eck noch ist kaputt was macht man denn auf elf hast du aus der lobby gehen oder so eine statistik aufrufen match ja nix ja das geht ja aus keine elke wichtig ist der eck nur für radikale aktion nein hat so das gefühl ich werde keine rolle aber das ist okay man kann ja nicht jede waffe spielen ja wo sind die anderen gegner rechts bei uns war strahlt mir ist weg ja ja man kann auch nicht in ruhe regenerieren was war nie leider leben noch ich lebe noch nicht gut ist rechts und lats ja ja wo gut doch als ob ich nicht treffen habe ich nicht gesehen aber hey verrückte welt vielleicht machst du einfach so sprichst du die leute so aus wie wie sie aussprechen ich habe ich nicht gesehen der schlägt so langsam ja das stimmt raketen war ich habe schon als du in der luft geschlagen ich habe dich doch nicht mal schlagen gesehen so langsam schlägt das ist ja dann selber bei den du letztes schon reingepackt hat es ja nicht noch mal geändert jetzt schon wenn ich nicht mehr als 300 punkte mit der waffe einwirken auf jeden fall reporten rechten mal so gut ja doch die dreierhundert könnten drin liegen nein doch die dreierhundert könnten drin liegen nein ja indirekt meine bombe stand da wenn das zählt ja gut aber da zieht sich muss ich enttäuschen das lange das dauert ein bisschen mitleid mit dir aber nur ein bisschen oder ja weil ich ja selbst schuld bin dass ich die waffe spiele ich habe schon das bedürfnis einfach wirklich handball management zu lassen aber ja nein das ich habe die 500 punkte eingewerbt ich habe die 500 punkte eingewerbt ja schon ich finde ich wollte auf handballer gehen wie haben wir so hatte einen japaner das ist genau das kann also weiß ich nicht oder sind wieder ein erstes team hier die gott sei dank ist der dünner rolle in einem team nichts gegen mani aber immer wenn er waffen spielt ja nicht spielen mag habe ich ihn nicht ganz so gerne und das sind so geführt 95 prozent aller waffen ja ich glaube es kommt drauf an also es gibt waffen das kann ich mit leben es gibt waffen wenn ich die ersten zwei runden gewinne dann bin ich die waffen schon lieber aber da gibt es waffen die ich einfach gar nicht gerne spiele nein so jetzt bist du noch langsamer ja gut das schlagen dieses große problem bei der waffe aber so nimmt mir habe ich ja auch das schwimmen weg mit den stinke wolken und das problem das ist ja also wenn man das kompetente spiel ist ja alles eine sache des lernens ne also klar wenn man die waffe spielt da kann dann ist die mega gut aber muss sagen ist halt nicht so glaube ich so eine hard to learn waffe wissen da oder gefallen mehr nie lol wie sehr willst du von das sie bleibt ja wenn ich fange mich auf dankeschön jetzt werden runter ist das liegt das irgendwie soll denn wollen oder so nein fang mich doch mal auf wenn ich habe ich sprengt war bei der waffe hätte dass das jetzt auch ja ja ein bisschen nein ja jetzt hast du richtig ich habe dich gerecht und da ist noch mehr die anderen ich wollte mehr nehmen du kannst mir auch keine geht selbst schuld gut gemacht im jahr zu dritt spielt machen wir ich meine seien sich gut an so einem spieler ist das wenn ich ganz so da steht recht ist hallo haribo wir haben ja zwei rolle wenn ich müsste sich eigentlich jedes mal zwei rolle echt mal wie viele wollen wir hier sonst ich habe immer das wird nicht zu machen was hier sonst brauchen wir wieder neue waffen wobei es ist nicht so nervig wie nicht angenommen ich konnte nicht mehr ich konnte nicht mehr zurückziehen willkommen zurück vielleicht kann um jetzt mit spielen wir machen aber nächste periode 7 und ich weiß nicht ob man da ob naomi auch lust auf zählmann hat ja 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 woher wo bist du haribo mehr ja ich war ja gestern mario film drin und da saßen kindern neben mir wo ich mir dachte boah ich glaube ich ich reiße ihm gleich den kopf ab mit den älteren oder dachte ich mir nein macht das nicht es sind die eltern schuld also habe ich natürlich den eltern den kopf abgerissen kinder sehr traurig aber mir dann erstmal egal weil so ist erziehung halt naja wie dem auf sei auf jeden fall nein aber ich weiß wobei ich muss sagen fand ich schon manchmal ganz knuffig da einer hat mich glaube ich recht früh angeguckt ich guck ihn an so als er dann und seitdem war dann die ganze zeit sein klein jüngere bruder ich glaube er war sechs sein jüngerer bruder war vier vielleicht so und jedes mal wenn der junge bruder da voll mitgefiebert hat hat er sein also der sechsjährige sagt und leise sein und so nach dem motto du störst dir die anderen fand ich krass einfach dass ich muss sagen fand ich so ein bisschen krass dass sein geschwisterchen mehr gemacht erziehung gemacht hat als die eltern die literally daneben saßen dass da nicht die mutter mal gesagt hat jetzt schnauze hier sagen aber dann weiß ich jetzt ungefähr jetzt habe ich ungefähr wieder so ein bild wenn mir wenn wir jemand so ein kleiner kleine nervensäge ins bett und rein kommt dann habe ich immer so ein bild 6 ich schätze den sechs höchstens acht jahre acht jahre und er hat erwachsen gewirkt als viele andere dann die mich so auf tritt stand gesehen habe also weiß ich okay wenn andere höchstens sechs war das ist so der punkt wo ich weiß okay wenn jemand wieder total durchspiel tipps blättert und diese vielleicht sechs lang den halben film hat sie einfach erwürgt bin ich weg da gehe ich mit meiner familie essen schade schade das denken meine eltern bestimmt auch mit haribo und metti richtig okay wir sind sogar eine freunde lobby der welt um mit naomi im ziel das heißt ich werde von ihr nicht getötet man sich da nicht getroffen habe schade wir wissen dann auch in der mitte mein heil war das müsste das ist das thema einfach sein wesse dann gibt es den wahl delphine und ich sag's euch der wahl ist ungefähr so wie soweit wie was ist diese special wahl delphine oder und ich sag's euch kein wahl wird ungefähr so wie bigfoot nur vielleicht noch weniger geworden aber da ist wahrscheinlich nur mehr nie drin nein ich habe noch nie erwischt der wahl musst du halt ich glaube ich gerade den fehler wie gottlos diese beschreibung einer waffe diese wache ist gottlos ja alles gute die strahlen ich habe noch ein bisschen mitbekommen weil ich bin mir gleich zu lause eigentlich keine gute idee warum da sind zwei leute ich habe doch dein tod gesehen also nah war nicht schnell genug ich konnte haribo damit retten ich kann sonst wäre vielleicht auch kaputt gegangen ja wie wäre es der stärkste titel wie der stärkste titel der daniel ja schön ja die ballpoint ist gut hey kiwi morgen kiwi lausi joshin mani ok ich habe ich aus welchem grund gehst du schon auf bühner roller gegen haribo naomi fini ok lipx weiß ich nicht wie gut lipx ist da muss ich noch müssen wir viele viele runde zum ersten mal tot bis ja mal das ich bin aber er sieht man nicht damit um und gehen über und auch gott nats aber klaust nicht mehr weg aktuell sind wir glaube ich voll kiwi die ganze lobby ist kein random hier drin also wir haben kein random und wenn ihr kein habt ist voll aber sobald wir rausgehen dann geht es ja aktuell ist dass ich getroffen nicht gemerkt nach der runde ist ein platz von weg bin also ja guck mal wieder weiß bescheid dann kannst du genau sie rein ein spiel haben und ich mich dann fertig machen muss ach so ich dann im ostertag ist am montag ja und da wird ja früher durch ein oster ersatz weil ostersonntag als spiel nicht gespielt wird 6 flasche ich war wie viele waren nein wenn ich war das vorsicht lipx kommt durch schade schade aber ich muss sagen wobei ich weiß mich überrascht hat ist das plötzlich ballpoint gar keine ballpoint aber dann können wir nachzuhören ja genau dass du hast nicht und dass den energy drink aber ich habe eigentlich gar keinen du ist egal ich woher ja jetzt haben wir denn da kam ja woher erwischt jetzt schreibt gerade bei ihr war der stream kurz offline der stream baffert jetzt gerade also bei mir baffert der auch aber auch frei war habe ich jetzt nicht gesehen kann sein dass der hängt ansonsten muss ich gleich kurz neu starten aber jetzt nicht mehr geht's wieder vielleicht muss ich mal bei vodafone anrufen und sagen hey ihr habt euch ja schon überlegt hey das ist ja gerade letztens noch wo selina auch neu starten musste und alles einfach mal anrufen und sagen hey ihr wolltet doch drüber sprechen wegen meiner erkündigung war schon wieder scheiß internet bleibt mich nie wieder anrufen ich muss gleich mal gucken im stream netz ob ich deine meldung habe aber vielleicht war das echte bei mir kurz internet weg echt weil deswegen communication aber nicht durch kommunikation also es war ihr seid ja raus geflogen wegen ein spieler ist ja aber ja anscheinend läuft das stream wieder naja jetzt braucht er wieder ja also interessant weil ich glaube ich kann gerade ganz normal spielen also das war doch nicht nach schön ja ich bin überlegen ob ich gut erneut starten soll weil sie kann man trotzdem das gott auch ein bisschen schlechter an als sonst machen wir doch mal ein speed test test es ist zu sehen ja es sollte ich freundes ist aufrufe mei kann ich hindern wenn du möchtest ja gut mit roch many fini ok let's go jetzt bei nadie bestimmt auch stehen Bomben kommt noch hinzu ich glaub ne jetzt zum ersten mal mitgespielt ne dann ist das auch nochmal so ein aha aha dann ist vielleicht die richtige Antwort ein kurzes Tubeleiter sich kurz auf Kaba das vielleicht auch nochmal also für gewöhnlich entschuldigt man sich dann auch noch wenn Leute etwas ich cool fanden dann ist es glaube ich auch immer so ein ding dann sagt man zumindest kurz entschuldigung dann sonst weil sie nur mitmachen möchte nein brauche ich dich nicht getroffen ey ich war fast tot ich hatte Angst aber dann hatte ich entweder du oder ich ich habe auch deine nicht treffen skills bevor man hat es recht gehabt nein verdammt ich wollte dann noch wegschwimmen die Waffe leckt eigentlich so langsam dass das ne faule Ausrede war das war schön ich wollte dir halt n kill können weißt du wie kann da das von hinten hau über das gitter aber wie kommt man denn da so da hoch wo meinst du was plötzlich hinter mir ich bin durch geschwommen als du in der boja grube warst verrückte welt ja aber ich habe zwei von euch mitgenommen na wenn ich schon nicht einfärbe hilfe so wenn ihr jetzt fährt mal richtig ein hier und wie das ja ich bin ja dran ich bin ja dran ja das ist ein uf und froh ist ein greeni wieso sind da unten split und 123 zeichen wo unten bei mir am layout bei mir im layout ja das ist für die stamm user und alles nur da kann man ja die punkte dann letzt die kanal punkte ich kann ja ich kann da wie ein pinig verschenkt das ist ja ich weiß nicht was ich kann ja ich kann da wie ein pinig verschenkt dass richtig lediglich für nächstes jahr schon mal sammeln aber ansonsten ja das ist richtig ich kann dich ja dann bist du nicht mehr gefühlt ich weiß ja mit punkte gibt ich glaube das kannst weiß ich gar nicht nicht als du mich war gebracht das konnte ich hatte mich auf den chat zu greifen also vermute ich mal das war erst mal habe ich muss im match ballen hallo ich habe die lobby zusammen weiß dass ich noch noch darf das nicht jetzt könntest du es glaube ich dann muss ich mir gleich merken welches matches waren ja na verdammt wie spät haben wir denn 8 naja mich mit für die split link nun ist bei mir am 11 18 war es als ob brauche habe ich nicht mehrmals getroffen krass was mache ich jetzt eine minute gegen eine kaputt arbeiten ja aber 600 wären auch noch schön also krass aber nur da was ein bisschen schnelles gedacht ich glaube das war 11 uhr 17 muss ich mir notieren 11 uhr 17 kannst ja sonst die beiden nachrichten dazwischen merken davon sind schenken ja aber es ist halt es muss ja also verschenken ist also die sache leute sollen ja dann irgendwie auch hier hier seine soll ja weil wir die soll ja was heißen nicht uns dann einfach bekommen ist ja quasi irgendwie schon wie mäßig und daher ist es glaube ich daher bin jetzt keine ahnung finde ich verschenken wie ein bisschen banane kann das hat direkt machen ja genau so aber daher auch und da kommt das nächste und es ist ja auch nur 50 begrenzt deswegen also selbst da ist dann halt und dadurch ist dann das prinzip von verschenken ja auch nicht drin wenn jetzt ich ja diese diese lustige den lustigen channel für alle die leute die immer wie hat hier eingelöst haben und dann wie kann das kreis eigentlich gar nicht wirklich getroffen ich finde das manchmal so heftig wie mani ok im rinde ich glaube nicht dass es das ist ja okay dann weiß ich kommen ich muss sagen wir sind gerade so weit zurück gedrängt der hat gerät quitte das kann er mir nicht erzählen ja das ist ein rage quitt so was finde ich schon wieder aber es war der random na gut dann habe ich gleich noch wen zu reporten gott das war ich noch da hat mich gerade gekürt glaube ich jetzt habe ich drauf geguckt um zu können die wies dort da und man ist das random der heißt man hat den rennen zum rage kürten gebracht muss sagen dafür musst du dich noch bestraft eigentlich dafür ist ja diese sperre da aber ich finde ja so wird man kann rage kürten in spiel wo man alleine spielt smash marius strikers aber wenn man nur ist blätter und rates kürtet und dabei dann das match für alle drei andere dann bin ich schon wieder also zu denken wirst du ja bestraft mittlerweile ja muss nur sagen dass es schade ist dass man nicht auseinanderhalten kann ob der quit on purpose war wobei man ich finde nintendo schon das unterscheiden könnte ob das jetzt ein jemand ist der plötzlich naja internetverzögerungen verschwindet weil er gerade mit beginn zu lenken oder ähnliches oder vielleicht von der nintendo switch das home menü geöffnet wird es erkennt ja die konsole eigentlich also mit ein bisschen programmieraufwand lässt sich das bestimmt auch gut regeln aber absolut bei mir ok dass er kennt warum das erklärt warum mich die ballpoint jetzt gerade nicht voll weg gepfeffert hat was geht also ich muss ja sagen dass ein verlust ist es anderen gewinnt also seit dann für drei doof aber dann hattet ihr zumindest ein easy sieg ist ja ist ja nur revierkampf es ist ja nur revierkampf was wir hier spielen also das kommt ja auch noch hinzu daher das war in die ecke gequetscht das war wir waren eigentlich in der ecke ich habe das nicht gesehen ja ich habe die range dann bleibe ich einfach mal in der mitte und passt darauf auf dass keiner hier durchbricht mit noemi strahlen online okay das können ein ende war bestimmt hat ich glaube der hat uns noch ein zieht gebracht ja krass man als ob oder weiberwände war heftig marika kathabock gerne mitspielen nicht weil sie lust hat unverdient warum ist es und naja gut ist dann halt jeder schuld weil also ist dann halt jeder verkackt also von daher so ist es sein das ist ja die definition eines mann im jahr und jahr hier okay das ist das schwappt so schnell immer ein bisschen einmal getroffen einmal getroffen okay das war jetzt bin ich nie markieren der männer in den trinken war das an dem moment man es gab gar nicht bei mir im team warum habe ich die ich mit genau hatte viel war gut muss ich sagen nein haribo gekriegt aber ich glaube dass man martin hat mich wenn noch frei ist ich glaube da habe ich gerade schlechte nachrichten martin hat sich den letzten platz gekält oder habt ihr einen random bei euch martin und kiwi okay da wird also ja ich habe ich nur halbgelegen springen wir in die mitte ich glaube ich auch jetzt nicht springen zu mir ich bin freuderei gesprungen ich glaube das sieht gut aus ja doch sehr knapp aber als gedacht also schon mal da ist wenn er ist noch nicht mal auf 50 geboren echt obwohl du so viel salmon man gespielt hast ja ich weiß das nicht ich habe nämlich ja nicht so viel salmon aber apropos wie gesagt ich weiß ja nicht wer ab 12 uhr dabei ist bei salmon run schon mal hier so nebenbei aber anstrengend ansonsten ich habe mir das video von haribo glaube ich angeschaut er hat mir ein video also uns ein video geschickt wie das mit extra work funktioniert also entscheidend ist das so vorgegeben das ist wirklich glaube ich mit 60 prozent anfängt und ab dann abhängig von den eiern ist die die man sammelt wenn man 50 prozent über dem limit ist erhöht sich die schwierigkeit stufe nochmal um was war das nochmal um 50 prozent und wenn man doppelt so viele eier hat dann sogar verdoppelt sich der schwierigkeitsgrad immer also ist schon gerade man kann schon ordentlich also also ich glaube ist ganz gut dass ich muss sagen extra work ist für mich eine fair competition weil es endlich mal etwas ist was eben alles vorgegeben ist man kann wohl was ich gut finde ist das sogar mit der waffen aus weil man kann vorher ist wie privatkampf du suchst dir eine der vier waffen aus die vorgegeben sind man kann natürlich keine doppelten aber man kann ja absprechen dann nimmt einer und nämlich die sniper zum beispiel jemand anderes nimmt dann die andere waffen und dann hat man eben das muss ich sagen ehrlich bin ich schon habe ich schon bock so also finde ich jetzt erstmal voll solide vor allem weil man eben auch jetzt schon also laut dem video ungefähr maximum 300 bis 320 eier haben kann und ist wahrscheinlich wohl echt so privat kampf mäßig auch rangunabhängig weshalb wirklich dann auch jeder theoretisch mitmachen könnte wenn auf jeden fall gespannt auf jeden fall aber und das hat ich fand ich gut dass im video auch sagt wie krass das immer mit warum schießt was soll was du hast doch auf mich geschossen doch ich hab doch ich hab gesehen dass du landest ja aber ob du jetzt erlangen wolltest und mich siehst oder landes oder du mich nicht siehst du hast du hast geschlagen ich dachte du wirst einfach lustig ich hab geschlagen wenn du zahlt was der elf charm ne so für solche mit dem tempo dann erlösiert ich muss sagen ich mache das immer so im revierkampf ist mir egal dann kam es glaube ich schon eher wo ich mal sagen bin ich anständig ich kann nicht geguckt er war denn wie martin und harry jetzt du aber ich würde sonst gerne paar runden zusammen versuchen ja auch nicht so gerne mag ja genau so ich meine am ende ist immer noch besser als mit rennen rhein über übungen schadet ja nicht wir fangen ja immer schwach an das ist ja vielleicht noch so ein bisschen der vorteil auch sache das ist auch aber ja 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 der chef der schiff das schiff das schiff ist auf jeden fall ein bisschen will explodieren ach so also selina ist ja okay ich dachte erst so hier aber ja gut wenn ihr da als jesse ich will gerne erst mal gleich wissen wer dann dabei ist oder das ist zumindest gucken kann na denkt da ich will aber auch zumindest nach oben kommen mit meinen rekord werde ich wahrscheinlich sprechen weil ich über 600 punkte bräuchte aber da habe ich glaube ich schon fast alle badges außer gold aber wenn man nicht verlieren und dennoch soweit wie möglich nach oben kommen ist ja übung wollen ja da ein bisschen er hat drüben ist es bei es ist bei daher vielleicht gucken wer mitmachen möchte muss ich wenn es mehr sind muss ich gucken natürlich auch mindestens zwei stunden zumindest mitnehmen weil ich glaube dann würde ich also ich schon zwei stunden wenn man machen wenn jemand also sagt so ja eine stunde habe ich dann lieber vielleicht jemanden mitnehmen bei joshi zum beispiel weiß ich gar nicht und schenkt wie weit ihr zum beispiel bei salmon run seit wie weit seid ihr denn was sind eure salmon run erfahrungen das zwei wieder hoch gespürt ja dass man nicht nachträgen kann obwohl jemand raus ist oder direkt nachträgen könnte weiß was was glaube ich immer sehr sympathisch ist wenn ihr eine letzte runde also wenn ihr für euch die letzte runde macht dann vielleicht auch kurz schreiben oder sowas so hey ich bin gleich raus wenn man gerade man sieht da wollen leute nachschauen das vielleicht auch immer ein bisschen nett natürlich man wusste ich wie lange ich in der bombe bleiben kann ohne bevor du mich kaputt machst ich wollte dann spawn abkämmen mit der buja bombe leben hast du wien habe ich den fini noemi und joshi ok war sogar nur das neue ja zuerst du jetzt das schwierige ziel ausschalten hat man die recht es gibt nur zwei möglichkeiten eine ein teamspiel so zu gewinnen entweder man schaltet immer den stärksten aus als team oder man schaltet das restliche team komplett aus und ich glaube in dem fall war es halt einfach nein ich habe einen random ach so und ich dachte man geht immer auf den streamer erfahrungsgemäß ich überlebe eigentlich sogar manche also öfters das schön wäre sie ohne witz ist ja schon schön also ich bin gerne imposter aber also ich war zumindest gerne imposter manchmal habe ich das gefühl es ist einfach so dass die internet gedürzt das ist einfach nicht richtig was du das many also es war der random ich habe nur ein roller unter mir her schwimmen sehen unter der ruhe mir hat mir getötet sehr gut nein nein der letzte babbeldings stream sniper sind unterwegs ich muss sagen das ist der grund glaube ich wahrscheinlich warum ich heile sieg nicht mehr doch mit öffentlichen kortspiele sondern nur mit leuten intern der community nur wieder mitspielen würden hätte ich mich raus und dass mich das in einem platz ich kann ja mal gucken kann ja immer noch nicht mal andersherum jetzt wichtig gesehen schenkt ich weiß ich nicht aber fini redet halt auch sehr wie also voice wäre mir wichtig schenkt wie sieht es mit dir voice aus und fini redet sehr wenig habe ich gemerkt hauptsache voice ist es glaube ich so das wichtigste hauptsache ihr seite zumindest im voice und können in echtzeit zuhören hat denn ich wollte schon sagen martin kini schreib ruhig weiter in der zeit jetzt ist ja nicht immer wieder immer noch nein aber sage die lobby bricht nicht zusammen oh gott krass kiwi auf der rechten seite bei uns genau genommen war sie bei euch ja aber ich habe die erste in der mitte zenten gesehen also von daher nein das war das denn schon delphine ach nee das war gar nicht nur irgendwie wissen bei euch ich glaube der spiel hat immer das ist immer der zweite kommt von haribo deswegen ist er halt auch er auch er nach das hat und aber weggesprungen okay sehr gut sehr gut ach kibi mitgenommen ja ich komme da nicht raus noch schade bis sie nicht früher spielt wieder den kleinen bogen ja ich glaube das spielt echt öfters symbol zumindest habe ich das immer so gehört sogar der sogar gestreamt und hat mir vergeschrieben gg ist das wieso aber nicht gerade wenn die lobby gesehen ist am stream und alles hat mir so blockieren melden ich wollte dir auch gestern oder so schreiben weil ich selber angespielt hatte und da war ein matthew bei mir in der lobby da wollte ich so schon vorher war diese welt des gesichts okay geht nicht schade dass man bujabombe eigentlich ins gesicht verfahren kann er wie gut das gewesen wäre du hast ja das fall habe er vorbeigeflogen aber ja gut dass man hier einfach eine woche wort zum zu hauen ohne witz also ohne scheiß das hat jetzt einfach geholfen dass ich meine derzeit habe ich nur so ein schlechter deine mutter wird so jeder das war eine bombe und war männer hast es ja gleich geschafft ja 1000 punkte heißt jetzt nicht an mein team dass die verlieren dürfen weil dann muss die war für nochmals haribo du musst mir jetzt ein riesen gefallen media ist in der mitte ok aber kannst du kurz gucken ob du nudeln in deiner mikro warte ich muss dafür aufstehen und in die küche ich bin so in einer minute wieder richtig zu ende tatsache die muss ich jetzt erst mal warm machen nein los für nicht und schaffst du es ich habe nicht ob wir das jetzt ernsthaft noch verlieren ich habe noch eingefärbt was geht gestern mit der airbrush bei den dsb gesehen hohe 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 kreis das ist das war sehr gut team ja verstehe ich vorgänz haribo und nun und in joshin cst bist du das joshin ja ich würde dann glaube ich echt mit haribo selina und schenks spielen wenn das bei euch mindestens zwei stunden klappt dann passt das ansonsten gibt es hier immer noch selinas übungsstunden samstags immer mit salmon run vielleicht da auch noch mal da ist sie dabei seid da habe ich ja das ist glaube ich ganz gut weil da hat ein fall da hole ich mir eben einen guten blick wie die leute spielen da sehe ich dann immer ich habe das einzige was ich sagen kann dass ich kann immer nur selina tipps geben weil ich da ihr ihren spiel sie sehe er diese woche extra work ist natürlich richtig manch hini habt ihr zu spät was auch da ja ich habe noch eine 6 bekommen da bin ich gesehen wir sind hier der dinge wie man finde ich schon wieder nein da war ich vielleicht ein bisschen zu green ja ein bisschen zu grie die andersherum geht das einfach aber ich glaube bei selina sind eher so übungen schon wo dann hier die leute sind die doch zählen man üben daher vielleicht natürlich auch da wäre salmon man kann deswegen pass ich da meistens auch er bin nunmehr so die lücken fülle aber ich habe diese und dieses mal war ja auch recht voll eine fini war da many und lause ja die bombe wie ich nehme das danke dann kiwi ich hatte mich da auch erst mal zurück wer ist denn da die aber ich komme zurück man die wirst du mir leider aber die buja bombe ist dir gewidmet stand okay dann nicht ich habe die ablenkung genutzt ich weiß nicht wer oben war es tut mir leid aber der hat mir gerade geholfen manny kaputt zu machen er ist mir aktuell nur auf 120 aber dann langsam aber sichern geht das ja ich meine das ist ja bei euch wie immer ein bisschen gucken und nach oben gehen und sowas ist das ja natürlich auch so der vorteil aber ist ja da kann man immer ganz gut wie war ich da ist das problem ruhig mehr sicher nicht das hat der nacht ich höre nur many